Die sind wir erst am Montag wieder gegen Halle und hätten eigentlich morgen frei, aber der wird möglicherweise gestrichen, dieser freie Tag, der Türkgücü München führt, durch ein Traumtor von Erik Hottmann. Eingeleitet von Moritz Kuhnbecker hier, Abwehrversuch, der zweite Ball bei Sararer, Hottmann, Deichmann, das ist so ein bisschen Ping-Pong und Steinhardt macht den dann als Vorbereiter scharf für Hottmann und was ist das für eine Ballbehandlung? Und Marco Hiller geschlagen, zweites Profi-Tor. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.